Was ist dein Zahnarzt? Ich bin unzufrieden mit meinem Zahnarzt in Deutschland. Und dann fängt man an zu suchen natürlich. Und da bin ich durch Internetwerbung auf Denterprime gestoßen, habe mich da mal darüber informiert, habe dort angerufen, war angenehm überrascht über die totalen Infos, die ich bekam. Und dann wagte ich den Sprung ins Ungewisse in ein fremdes Land. Und ich habe es nicht bereut. Also hier, ich bin äußerst zufrieden. Die ganze Atmosphäre hier ist unglaublich gut, sehr freundlich, sehr informativ. Und ich war total überrascht auch von dem ganzen Know-how hier in der Klinik, auf das Ganze ausgerichtet. Ja, Denterprime ist für mich eben die Zukunft, sage ich mal ehrlich, weil hier hat man alles an einer Stelle und man kann so ein bisschen Urlaub noch nebenbei machen. Und das ist das Schöne dabei. Natürlich kommt bei mir beimmesen. Und das ist das Schöne dabei. Dafür viele Presidential Tag.